Du willst mit dem Astro Framework deine Shopware API nutzen, dann haben wir hier am 20. und 21. April ein sensationelles Event. Raphael wird uns zeigen, wie wir das Ganze ansteuern und ausgeben. Am Abend gibt es hier dann auch noch einen spektakulären Zauberer und den besten Schießbürger der Nordrhein-Kugel. Alle Infos hier unten in der Videodescription, lasst dir das nicht entgehen. Viel Spaß!